Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video sieht. Es ist Zeit für Biss & More, der RAN Live Talk. Warum heißt das nicht mehr RAN Live? Weil es nicht um mich geht, sondern um meine Gäste. Und da fand ich einfach diesen Begriff Biss als Abkürzung für Business und More, weil es geht mehr als nur ums Business, eigentlich ganz passend. Also, neuer Name, gleiche Qualität, gleiches Programm. Warum hat der Mann jetzt hier den Football in die Kamera gehalten? Weil das etwas ist, was mich mit meinem heutigen Gästin verbindet, denn die ist auch leidenschaftliche Football-Anhängerin. Kann sie vielleicht auch gerade ein paar Takte für sagen. Ich freue mich auf die Katja Gräbner und sage, hallo Katja, guten Morgen. Guten Morgen, da ist er hergekommen. Ja, also, ich wollte ihn ja zuwerfen. Ja, genau. Naja. Wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß, ja, ich interessiere mich für Football. Und du zusätzlich auch, oder? Ja, ich bin auch leidenschaftlicher Football-Fan. Schon ein paar Jahre, so ein bisschen unter dem Radar immer noch in Deutschland. Und, ja, wer es noch nicht weiß, die ELF, die European Football League, startet bald in Deutschland. Und ich habe auch schon Tickets und freue mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also, wir können dafür eine Wärmung machen. American Football, wahnsinnig toller Sport. Ich habe auch mal einen Beitrag übrigens gemacht, was kann man vom American Football fürs Business lernen. Weil dadurch, dass es ja ein statisches Spiel ist, eine ganze Menge. Aber darum geht es heute gar nicht. Ja, also, der Titel und Gesinnung heißt ja nicht, was Unternehmen von American Football lernen können. Auch wenn ich da stimmend mit dir drüber reden könnte. Sondern es geht heute um Farben. Wie Farben auch dein Business beeinflussen. Bevor wir darauf kommen und über die Farben reden wollen, wir haben auch ein paar schöne Beispiele. Stell dich doch mal ganz kurz vor, warum kannst du eigentlich über das Thema Farben so gut reden? Ja, ich bin Katja Gräbner. Ich bin selbstständig als Make-up Artist, komme aus Dortmund und habe mich mit meinem Business halt auf Shootings und Werbedrehs in der Region spezialisiert. Und ja, bedingt durch die ganze Corona-Situation habe ich noch ein Fernstudium angefangen zur Farbtyp- und Stilberatung. Und bin auch jetzt bald fertig. Und ich habe einen Kunden, den berate ich jetzt schon viele Jahre zum Thema Fotostyling. Und auch in meiner Arbeit mache ich das halt immer sehr gerne mit. Und ich hatte schon vorher eine Leidenschaft für Farben und jetzt ist die halt noch viel, viel stärker geworden. Und ich habe halt gemerkt, man kann sein Business durchaus auch damit ein bisschen beeinflussen. Und da werden wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Ja, sehr schön. Falls es Fragen gibt, bitte in die Kommentare schreiben. Traut euch, wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Thema Farben. Wenn ihr Anregungen habt oder auch ganz anderer Meinung seid zu dem, was ich Katja gleich sagen wird, lasst uns das doch auch wissen. Ansonsten freuen wir uns auch über ein Hallo und wo ihr herkommt. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gehen gerne auf alles ein. Thema Fragen, bevor wir zum Thema Farben kommen, ganz kurz, weil es gab gestern schon eine Ankündigung zu diesem Beitrag heute. Eine Frage, da ging es um die Rocklänge. Was ist denn die angemessene Rocklänge fürs Business? Oh ja, wo fange ich da an? Also, es gibt natürlich immer noch ungeschriebene Gesetze. Der eine oder andere hat wahrscheinlich auch schon davon gehört, von Casual Business, Modern Business oder halt auch, ja, ganz klassisch halt das Formel-Business. Es liegt so ein bisschen daran, in welchem Bereich arbeitest du, sollte man sich als erstes fragen. Und was möchtest du transportieren? Also, vielleicht auch so ein bisschen die Frage, welche Position möchte ich bekleiden und welche habe ich aktuell? Deswegen, ich will da gar nicht so ganz strikt drauf antworten. Es muss immer zum Typen passen, man muss sich wohlfühlen. Dieses klassische eine Hand, Länge über den Knie ist vielleicht immer noch modern. Alles andere sollte vielleicht eher für die Freizeit gedacht sein. Als kleiner Tipp am Rande. Okay. Machen wir einen Haken dran. Ja. Kommen wir zum Thema Farben. Ja, sehr gerne. Du hast mal vom Vorgespräch angedeutet, du würdest auch ganz gerne was zum Thema Schwarz und Blau sagen wollen. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist halt so, viele Menschen haben ein Fable natürlich für Farben. Das frage ich auch immer ganz gerne in meiner Beratung. Da fallen mir auch immer gewisse Sachen auf. Eins davon ist halt, dass die Farbe Schwarz bei vielen Menschen sehr begehrt ist. Was manchen Berufen geschuldet ist, zum Beispiel Architekten tragen sehr gerne Schwarz oder auch Menschen, die in sehr, sehr kreativen Bereichen arbeiten, uniformieren sich so gesehen in Schwarz. Warum Schwarz? Also man hat halt festgestellt, dass so bis zum 25. Lebensjahr ungefähr Schwarz die Lieblingsfarbe von beiden Geschlechtern ist. Und je älter man wird, umso mutiger wird man auch in der Farbe. Was hat das auf sich? Warum? Erklärt vielleicht auch, warum viele Rentner in Rentnerbeige rumlaufen oder manchmal auch in ganz starken, dynamischen Farben wie Orange oder Pink oder Royal Blau. Wenn man mal zum Beispiel die Queen so ein bisschen sieht in ihren extremeren Farbgebungen. Also Schwarz ist natürlich einmal die Farbe der Macht. Wenn wir uns eine Richterruhe vorstellen, das drückt ja auch schon was aus. Gleichzeitig natürlich auch Eleganz und die Endlichkeit. Und je näher wir zu unserem Lebensende kommen, je bewusster werden wir uns dem und freuen uns daher mehr, um Farbe zu bekleiden. Also das ist so einer der Hintergründe. Ja, also ich habe auf jeden Fall heute schon irgendwie was gelernt. Ich weiß nur, dass Johnny Cash mal ein Lied gemacht hat oder eines seiner berühmten Lieders ja, The Man in Black. Da erklärt er ja, warum er immer Schwarz trägt. Er hat ja dann irgendwann angefangen, auch nur noch in Schwarz aufzutreten. Er hat es ja in Gründe kurz zusammengefasst gesagt, das ist als Solidarität für die Unterdrückten der Gesellschaft. Ja, stark. Ja, ich kenne es natürlich auch. Ja, ich habe ja eine lange Karriere in sogenannten großen Corporates hinter mir, ja, wo ganz klar die Ansage war, also wenn du da mit dem hellen Anzug mal gekommen bist, dann hieß es schon, ui, das ist aber irgendwie, wir sind nicht auf dem Sommerfest, wir sind auf der Arbeit. Das muss schon der dunkle Blaue, ja, das muss schon ein Nadelschleifen sein und ja nicht ohne Krawatte. Aber merkst du, dass es diesen Farbzwang in der heutigen Business-Mode noch gibt? Ja, schon etwas. Also es gibt halt auch wirklich nach der Farbtyp-Stilberatung Business-Farben, die weltweit auf ein ungeschriebenes Gesetz festgelegt sind. Das muss man kurz ablesen, nicht, dass ich eine vergesse, das ist blau, grau, beige, braun und weiß. Also weiß hier in dem Falle das Hemd oder die Bluse unter dem Anzug. Das ist so ein bisschen die Nummer sicher natürlich auch, ist immer so die Frage, wie modisch ist das gerade? Das kann natürlich auch jeder für sich interpretieren. Also arbeite ich jetzt vielleicht irgendwie bei einer Bank im Vorstand, sollte ich vielleicht eher den dunkelgrauen Anzug wählen. Bin ich aber vielleicht irgendwie im Kundenkontakt und eher, ich sag mal, sportlich unterwegs, kann man natürlich auch ein helleres Grau wählen, was irgendwie jugendlicher halt auch ist. Also das ist natürlich immer eine Typfrage, aber man kann sich selber immer ganz gut so festlegen, je höher die Position, umso dunkler und umso gesetzter sollte auch die Farbe sein. Ja, das ist ja auf jeden Fall Business-Nickel gerecht, sicherlich. Auch aktuell bestimmt so, ja, wie es aktuell noch gehandhabt wird. Ich beobachte allerdings da doch auch einen kleinen Wandel. Also wenn ich so in den C-Level-Etagen unterwegs bin, dann erkenne ich doch, dass da eine gewisse Lockerheit Einzug gehalten hat. Hängt vielleicht auch was mit Generationen zusammen, vielleicht kannst du da gleich drauf eingehen. Aber da ist schon mal das Hemd gar nicht mehr da. Da ist es nur das T-Shirt unter dem Sakko. Ja, oder denken wir an Tim Höttges von der Telekom mit seinem pinken Sneak, mit dem Team Magenta. Wenn wir es will, als die Michaela Rizia zusieht. Das ist Magenta-Farbe, ich weiß das, es ist nicht pink. Das ist völlig anders. Jetzt kriege ich noch Ärger mit der Michaela. Ja, die ist da nämlich sehr stark involviert. Okay. Dann merkt man auch schon, hey, das wird doch ein Stück weit locker, oder? Ja, also ich finde und merke auch halt in meiner Arbeit, dieses sehr, sehr konservative, das, ich will nicht sagen, das schwindet, das gibt es natürlich immer noch und es wird es auch noch weiterhin geben. Das hat wirklich ganz steif mit der Krawatte, Damen in einem dreiteiligen Kostüm. Das soll es auch noch weiterhin geben. Aber viele Firmen machen ja auch gerade ein bisschen einen Wandel durch. Es liegt ja auch so ein bisschen an diesem New Work oder New Economy. Jeder will halt jung rüberkommen. Auch eher sehr alteingesessene Firmen. Ich will jetzt hier wieder keine Namen nennen. Die Firma, die du zum Beispiel gerade genannt hast, die müssen ja alle irgendetwas tun. Und wir können das halt mit der Bekleidung oder halt auch der Farbe so ein bisschen aufbrechen und halt lockerer gestalten. Und vor allen Dingen auch kundennahbarer. Also ich nenne jetzt hier keine, die Bank nenne ich jetzt nicht, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen auch aufgefallen. Gerade so im Kundenverkehr gibt es dort dann halt auch Berater, die, ich sage mal, eher wie du jetzt, mit einem Polunder, mit einem, oben ist Hemd offen oder halt auch Frauen eher in einer Strickjacke. Also wo man halt versucht, dem Kunden doch schon so zu zeigen, hey, wir sind auf einer Ebene. Was ganz, ganz schlau ist, im Business das so zu gestalten. Also kleide dich, wie sich deine Kunden kleiden. Also ist immer auch nochmal so ein guter Tipp am Rande. Ja, und gerade diese ganzen neuen Business, wir hatten vorhin ja auch im Vorgespräch sowas wie Facebook oder so, denen es halt auch egal ist, wie sie in so einer Riesenpräsentation halt wirken. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, mit dieser sehr lockeren Einstellung dran zu gehen und trotzdem Business zu machen. Und das Homeoffice hat es halt auch gezeigt, wir können auch mit Schlappen zu Hause gute Arbeit abliefern. Ja, das bringt mir auf, du hast Homeoffice gesagt. Ich hatte letztens für ein anderes Format zwei Designer, Lernit und Matthias, wenn ihr mich hört oder seht mal, herzliche Grüße nach Frankfurt. Da habe ich mal gefragt, wie entstehen eigentlich Modetrends? Und da war ganz, ganz spannend, dass sie auf das Thema Homeoffice auch eingegangen sind, weil wir uns ein Stück dran gewöhnt haben. Ja, man weiß ja nicht, was habe ich eigentlich hier? Diese klassische Tagesschau, was trägt eigentlich der Tagesschau-Moderator? Das erleben ja gerade alle, weil Geschäftsbeziehungen finden ja momentan irgendwie nur bei Oberhalb der Güttlinie statt. Das darf man jetzt aber auch nicht falsch verstehen. Und wir gewöhnen uns an den lockeren Stil. Ja, man ist dann doch nicht mehr ganz so Business-formell. Also es gibt Leute, das kenne ich auch, die stehen morgens auf, ziehen sich an, als wenn sie zur Arbeit gehen und setzen sich dann hin. Das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung, so Rhythmus beizubehalten. Aber es ist doch schon locker geworden. Und da haben sie gesagt, naja, wir stecken jetzt eigentlich in einem riesen Dilemma. Auf der einen Seite gewöhnen wir uns gerade an einen eher freizeitorientierten Stil. Wir mögen das lockerer. Ja, ich würde nicht sagen, man sitzt in der Jogginghose oder Schrotz vor dem Bildschirm. Auf der anderen Seite sehnen wir uns auch gerade wieder nach Ausgehen. Oder rauszugehen, sich schick machen. Und da haben die beiden einfach mal so die Prognose aufgestellt. Es wird auf der einen Seite schick, aber im lässigen Stil. Das wird auch Einzug in die Mode und damit auch irgendwie in den Business-Bereich halten. Fand ich also auch sehr, sehr spannend. Merkst du es dann auch, dass sich die Farben verändern oder ist es nur der Stil? Also die kleiden sich jetzt locker, das Hemd ist weg. Es ist nur ein T-Shirt da, vielleicht auch die Jeans, vielleicht auch ein Sneaker. Aber ändert sich das auch in den Farben oder sind es dann eben die grauen, beigen und schwarzen und blauen T-Shirts, die dominieren? Ach, das ist jetzt schwierig. Da kommen jetzt so viele Sachen aufeinander. Also ich denke auch, dass da ein Wandel im Trend generell stattfindet. Das merkt man ja auch schon. Es wurden ja auch letztes Jahr sehr viele schickere Jogginghosen und solche Geschichten halt verkauft. Ich empfehle auch immer meinen Kunden, auch wenn du online bist, zieh dich bitte komplett an. Das Arbeiten fällt anders aus. Ihr könnt gerne mal den Test machen, einen Tag wirklich in der Jogginghose von zu Hause aus arbeiten und am nächsten Tag so, wie du üblicherweise vielleicht ins Büro gehen würdest. Du wirst einen Unterschied feststellen in der Qualität deiner Arbeit. Von den Farben her, ich denke, dass es auch dann eher mehr in den eigenen Geschmack geht. Also dass man halt sagt, ja, ich trage aber, weiß nicht, du mit deinen grünen Igels immer sehr gerne grün. Vielleicht trage ich das im Business dann halt auch vermehrt. Also das könnte durchaus sein, dass das auch so ein bisschen mehr vermischt wird mit dem, ich sage mal, beruflichen und privaten Ich. Müsste man auf langfristig gucken, was sich da auftut. Jetzt haben wir doch einen Kommentar gerade reingekommen vom Sascha. Herzlichen Grüße in die Schweiz, lieber Sascha. Lieber kein Ärger mit der Michaela, besser ist das. Aber sie scheint nicht uns gerade zuzuschauen, sonst hätte sie sich wahrscheinlich schon gemeldet. Jetzt kommen wir doch mal auf den Punkt, das klang jetzt alle sehr, sehr nach Business, sehr, sehr männlich. Ja, wir haben... Ja, stimmt. Da ist sie, Michaela. So, gerade von ihr geredet. Es ging, falls du es noch nicht gesehen hast, Michaela, es ging um die magentafarbenen Sneakers. Bei Frauen ist das ähnlich von den Farben her. Was klang mir doch alles sehr, sehr männlich, maskulin. Also ich versuche immer sehr frei davon zu sein. Was ist männlich, was ist weiblich? Also in meiner Welt oder in meinem Beruf ist das völlig normal, auch Männer zu schminken oder so. Da mache ich gar keinen Unterschied. Es geht halt um den Mensch. Auch wenn es sich immer sehr männlich anhört, das ist ja auch nun mal so, dass die Businesswelt sehr Männer belastet, würde ich nicht sagen, also Männer ausgelegt ist. Bei Frauen ist das dasselbe. Also die Businessfarben, die ich gerade genannt habe, dass man sich an dem Grau, an dem Blau, an den eher gesetzteren Farben orientieren kann. Ich sage bewusst kann. Bei Frauen kann das natürlich auch immer ein bisschen aufgebrochen werden durch Schmuck, durch Handtasche, durch Schuhen oder irgendwelche anderen farbigen Tops zum Beispiel. Da ist natürlich auch ein bisschen mehr Freiraum gelassen. Da sind wir auch wieder bei dem Anfangsthema der Rocklänge, wo man halt einfach gucken sollte, in welchem Bereich arbeite ich und was passt halt für mich. Um nochmal so ein bisschen stärker darauf einzugehen, würde ich jetzt mal das Beispiel Angela Merkel nennen, wenn du möchtest. Ja, mach mal sofort. Worte mir ganz, ganz kurz, Michaela, Magenta, Fragezeichen. Klärst du auf, wenn die Farbe, die Telekomstige jetzt nicht Magenta sind, ob es eine andere Farbe ist, dann schreibt das bitte auch nochmal rein. Und sie sagt aber auch, sie trägt auch Schwarze. So, Beispiel Angela Merkel. Das fand ich total faszinierend im Vorgespräch. Das teilt doch bitte mit uns jetzt auch nochmal. Ja, sie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass sie ihre Bekleidung oder vor allen Dingen halt ihre Bläser, ich wollte Sakkus sagen, es ist bei der Dame ja der Bläser, ihre Bläser nach der politischen Situation und Lage auswählt. Und als Beispiel, man sieht sie sehr, sehr selten in Rot. Wenn sie Rot anhat, dann hat sie auch wirklich eine richtig kräftige politische Aussage dahinter. Momentan trägt sie sehr, sehr viel Blau. Blau ist halt wirklich so dieses einheitliche, harmonische, zusammenführende. Sie möchte so ein bisschen so diese Spanne halt schaffen. Weil Blau hat halt bei den meisten Menschen keinen negativen Hintergrund. Also die meisten Menschen empfinden Blau als angenehm. Also ganz vieles in der Natur, was wir lieben, ist ja auch Blau. Das Wasser, der Himmel. Und das setzt sich halt sehr, sehr geschickt ein. Man sieht sie sehr, sehr selten in grün, pink oder gelb. Wenn eher bei weniger politischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Messeeröffnungen oder Firmenbegehungen, was sie ja halt auch durchaus macht. Der Rest ihrer Bekleidung ist ja eher schlicht. Also irgendwie immer ein Top-Grunter einfarbig und eine meistens dunkle Hose und unauffällige Schuhe. Und das ist halt etwas, das kann man sich sehr, sehr gut abgucken. Was möchte ich meinem Gegenüber, meinem Business-Partner signalisieren? Ich empfehle auch immer meinen Kunden, trage Rot auf einem Date. Also da macht es halt durchaus Sinn. Wie die meisten vielleicht wissen, steht ja auch Rot einmal klar für die Liebe, aber halt auch für die Kampfansage. Und viele Ballsportvereine, vielleicht fällt dem einen oder anderen auch gerade was ein, haben auch Rot in ihren Trikots, um halt wirklich dem Gegenüber zu signalisieren, hey, ich bin jetzt hier auf Kampf aus. Und ja, möchte man es eher harmonisch haben, sollte man durchaus Blau wählen. Ja, sehr spannend. Habe ich tatsächlich so, also dass Farben ja eine Wirkung haben, ist ja klar. Das findet sich natürlich auch bei mir im Marketing oft wieder, dass Logos zum Beispiel in einer bestimmten Farbe gemacht werden. Im Buddhismus gilt ja Orange als die Farbe der höchsten Erleuchtung. Ja, also wenn man, ich sage mal, wenn man so einen Schaulinen-Mönch im Orange sieht, dann weiß man, der hat es geschafft. Aber dass es tatsächlich so eine Wirkung hat. Das heißt also, für Verhandlungen, die schwierig sind, eher was Neutrales tragen, also Blau, um vielleicht den Gegenüber so ein bisschen, ja, positiv zu bestimmen. Wenn ich aber tatsächlich da kämpfen möchte in der Verhandlung, dann vielleicht, ja, vielleicht nicht so rote Sakko, aber rote Krawatte. Rote Krawatte, sowas vielleicht, ja. Ja, also ich, ja, nein, kein Problem. Also zu dem Thema Blau, wie gerade auch schon erwähnt, man schafft halt eine positive Emotion, Sympathie, dieses Harmonie, es wirkt halt beruhigend. Und es gibt halt ja verschiedene Lebensbereiche, wo Farben halt vorkommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also wusste ich auch nicht ganz lange, Blau ist auch eine Heilfarbe, die wird in Therapien eingesetzt, bei Suchtkranken. In der Politik findet sich Blau oder in Flaggen, sagen wir mal, relativ wenig. Steht aber dann für Einheit, wenn wir an unsere Vereinte Nationen-Flagge denken oder an die Europäische, passt das wieder sehr, sehr gut. Und die einzige negative Eigenschaft wäre, wenn es halt sehr, sehr stark dunkel ist, dass es halt eher so ein bisschen wieder an Schwarz erinnert. Aber ansonsten ist es durchaus sinnvoll, Blau einzubauen. Ja, für Zuschauer, ich trage keinen schwarzen Präunder, sondern er ist tatsächlich blau. Sehr gut. Der Liefergut ja auch, das ist schon passend. Jetzt kommen wir doch mal, wenn wir mal noch ein Stück weit weiblich, ich meine, ich kenne das ja auch, man wird ja vor die Kamera auch geschminkt und gepudert und Männer auch die Augen dazu betonen letztendlich. Also Schauspieler ist es ja auch nichts Neues, aber ansonsten, wenn man von Kosmetik oder Make-up denkt, dann denkt man ja doch eher in erster Linie weiblich. Ich glaube, der Markt ist da auch doch sehr frauenlastig ausgelegt, was ich auch so sehe. Denkst du, diese Farbwirkung, erzielt man die letztendlich nur über die Kleidung, die man trägt oder kann man tatsächlich auch etwas über das Make-up machen? Ja, natürlich. Also, wie schon vorhin erwähnt, ich bin ja sehr frei von, ich schminke genauso viele Herren wie Damen und es geht halt einfach auch darum, was möchte ich halt transportieren. Wenn ich dich jetzt mal hier als Beispiel nehmen darf, du hast ja eine relativ hohe Stirn und da ein bisschen, da empfehle ich halt immer auch wirklich, sich so ein bisschen abzupudern, damit man halt nicht so glänzt. Also man kann da schon halt auch die professionellere Wirkung mit transportieren. Bei den Darm kann man auch die Augenpartie immer gut ausarbeiten, also das heißt halt schminken, das heißt nicht immer besonders viel. Aber jetzt gerade, wir merken es ja auch hier in dem Talk, die Augen verschwinden immer sehr schnell oder wirken halt klein. Da macht es halt schon Sinn, sich so ein bisschen mit zu befassen, das Gesicht nochmal gut mit Farbe ein bisschen herauszuarbeiten. Da arbeitet man halt viel mit Komplementärfarben, das heißt halt die gegenüberliegende Farbe von meinen Augen. Ich habe jetzt blaue Augen, das sind dann eher so ein bisschen goldige Töne und dann kann man halt da auch nochmal einen Effekt herausarbeiten. Aber da kann man mich auch gerne nochmal ansprechen, wenn man da mal einen Workshop zu machen möchte. Ja, also sagst du auch, ganz klar Farben nutzen, um auch Schwächen zu kaschieren oder auch letztlich stärken Augen zum Beispiel zu betonen. Genau, Kontrollen herauszuarbeiten. Fürs Business aber doch eher dezent. Ist eine Typfrage. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig, so pauschal zu beantworten. Und es gibt halt Damen, die haben immer ihren roten Lippenstift und ich unterstütze das total und sage, trag das halt weiterhin, wenn es dein Look ist. Wenn man jetzt sagt, ich bin aber eher so der Typ, ich traue mich da nicht so heran, dann sollte man etwas finden, womit man sich halt wohlfühlt. Und bei Herren halt genauso. Also ich habe auch immer mal wieder ja Speaker oder Menschen, die auf der Bühne stehen, die halt schon wissen, dass es ein Vorteil ist, sich dafür auch stylen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so Farbe kann ja auch Wiedererkennungswert sein. Zum einen kann ich natürlich irgendwas bewirken bei meinem Gegenüber. Ich beschwichtige ihn oder ich zeige ihm ganz deutlich, ich bin gerade auf Aggression gebürstet. Ja, genau. Lass uns in ein Konfliktgespräch gehen. Aber auf der anderen Seite kann ja das natürlich durchaus auch ein Markenzeichen sein, so eine Farbe. Total. Ich meine jetzt gar nicht nur ein Logo, ganz klar. Man kennt ja bestimmte, ein bestimmtes Logo zu bestimmten Farben oder nehmen wir das Magenta der Telekom oder das Sparkassenrot, um das sich, glaube ich, auch die Sparkasse mit einer anderen spanischen Bank gestritten hat, dass die das gleich rot benutzen dürfen. Ja, ging, glaube ich, bis vom Europäischen Gerichtshof. Meine Güte. Ja. Das war ja wichtig. Ja, also da sieht man, wie auch diese Farbe im Logo oder in der Firmenfarbe eine Rolle spielt. Es kann aber auch ein Markenzeichen sein. Ich denke da jetzt an einen verstorbenen Politiker, den kennen vielleicht die Jüngeren überhaupt nicht mehr, Hans-Dietrich Genscher. Das war der Mann, der damals in der Prage Botschaft gesagt hat, sie dürfen jetzt alle in den Westen reisen. Spielte also gerade zur Wendezeit eine ganz, ganz große Rolle. Der hat da immer einen gelben Polunder getragen. Der sah irgendwie scheiße aus. Aber man wusste, gelber Polunder war Genscher. Es gab sogar mal später einen Comic über ihn, der hieß Genschman. Er ist leider verstorben, ist ein ganz toller Politiker gewesen. Ja, ein, von dem ich heute noch einen Hut ziehen würde. Das würde ich heute vor heutigen Politikern, glaube ich, vor relativ geringen Anzahl. Der hat auch viel, viel außenpolitisch bewirkt, ist häufig geflogen. Gibt auch einen Witz bei ihm. Begegnen sich zwei Flugzeuge in der Luft, in beiden sitzt Genscher. Der hat also auch, das war sein Markenzeichen. Ja, und du kannst ja auch durchaus sein, eine karierte Weste. Also mir hat mal in einer Firma, tatsächlich, wo ich als Marketingdirektor tätig war, ich habe jeden Tag eine Weste getragen. Immer eine andere. Ja. Und man hat mir auch mal gesagt, das ist der Mann mit der Weste. Ja. Also man kann, glaube ich, schon auch über Farben Zeichen setzen. Jetzt weiß ich nicht, ob knallrote Lippen tatsächlich immer so gutes Markenzeichen sind, aber man ändert sich halt daran. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht reduziert wird auf die Farbe. Ja, also das ist nicht, er ist der Mann mit der gelben Weste. Also der Genscher hat durchaus sehr, sehr viele kluge politische Entscheidungen herbeigeführt. Aber das ist natürlich ein Erkennungszeichen. Es gab ja noch andere. Manche machen es mit einer Fliege oder dergleichen. Würdest du da auch so einen Tipp geben? Such dir irgendeine Farbe aus und trag die immer wieder in öffentlichen Auftritten, damit die Leute sich vielleicht dich auch ein bisschen über diese Farbe stärker einbringen? Ich würde sagen, nicht so ganz. Also ich verstehe das. Zum Beispiel das Gelb steht hier halt für Heiterkeit und für Wissen. Und das passt ja da total gut. Auch Gelb verbinden wir ja sehr, sehr Positives mit wie die Sonne oder Helligkeit allgemein. Das war auch schon schlau, das auf jeden Fall zu wählen. Ob das jetzt modisch super war, sei jetzt dahingestellt. Also ich empfehle in meiner Beratung, such dir schon ein It-Piece, was immer mal wieder auftaucht. Also Mode ändert sich, das ist so individuell. Also ich möchte mich da auch selber nicht komplett festlegen. Ich muss halt immer irgendwie zum Typen passen. Und wir verändern uns ja auch immer wieder. Also je älter, man wird immer so die Haare, die Brillen oder auch der Stil, der Beruf vielleicht auch. Also so ein bisschen Weiterentwicklung und Anpassung sollte da sein. Aber wenn man halt wirklich sagt, ja, ich bin einfach immer der Mensch, der, weiß nicht, ich habe jetzt hier so eine goldene Kette, so was Modisches umhabe ich auch nicht jeden Tag umhabe. Aber ich bin immer der Mensch, der diese Kette trägt und dieses Collier und dann sollte man das auch tun. Was ich empfehle ist, gerade wenn man Business machen möchte und auch noch vielleicht in den Anfängen ist oder sich so selbstständig macht, such dir einen Teil aus, was dir das vermittelt, dass du jetzt arbeiten willst. Also bei mir zum Beispiel sind das halt Bläser. Wer mich kennt, der weiß, ich trage sehr viele Bläser. Ich ziehe sie an und ich fühle mich da drin so gesehen stark und habe so das Gefühl, ich kann damit wirklich viel erreichen. Ich trage auch privat welche, aber so gerade so im Business wird man mich meistens damit halt sehen. Die Farbe ist jetzt irgendwie so ein bisschen zweitrangig, aber halt wirklich so das Kleidungsstück, was mich dazu bringt, ja, wirklich gute, gute Arbeit halt auch abzuliefern. Und das kann natürlich bei jedem was anderes sein. Ich hatte mal eine Dame, die hat immer ein klitzekleines Heizdruck getragen, wo Lippenstifte drauf waren. Also ich fand es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber ich habe mir gedacht, warum? Also was tut das halt? Also war irgendwie so ein bisschen witzig, aber sie hatte das Gefühl damit. Und wenn man das gut durch transportieren kann, dann ist fast alles erlaubt. Jetzt begrüße ich noch ganz schnell die Ute. Die war bis eben wo noch in einem eigenen Coaching. Sie kann sich noch an den gelben Pullover oder Pullunder vom Genscher erinnern. Glück gehabt, dass ich nicht der Einzige war. Also ich bin ja offensichtlich nicht der Einzige. Ich leider nicht. Ja, aber du bist auch ein Stück weit jünger, glaube ich. Ja, Farben unterstützen uns immer. Dazu muss ich vielleicht mal sagen, dass die Ute auch viel mit Farben macht. Das stimmt. Ja, in ihrem Coaching. Und die Lillie ist auch noch ein modisches Erkennungszeichen, ein Zeichen der Mark und Besinnlichkeit funktioniert immer super. Menschen interagieren mit Farben. Ja, das ist schön, dass du es nochmal unterstreichst, Ute. Da haben wir vorhin in den Interviews gesprochen drüber. Da ist die Katja auch drauf eingegangen, welche Wirkung welche Farben haben, Sympathie oder Aggressionen. So, jetzt ist leider dein Kamerabild etwas verschwommen. Aber gut, hoffe mal, dass es wieder gleich schärfer wird. So, kommen wir nochmal zum Punkt, wo du sagst, wenn ich jetzt zu dir komme, empfiehlst du es mir zu sagen, hey, du bist doch der Typ, die und die Farbe unterstreicht deine Persönlichkeit. Wie funktioniert denn das? Du machst ja auch Typberatung, du machst ja auch Workshops, oder? Tatja, hörst du mich noch? Also, ich bin da gerade noch so ein bisschen in den Startlöchern. Also, als Make-up-Artist mache ich das so gesehen schon viele, viele Jahre, dass ich halt auch bei Shootings vor Ort berate. Ja, ich höre dich. Ja, okay. Hörst du mich noch? Ja, also, vielleicht wird Leon gescheitend, gerade irgendwie einen Zeitversatz zu haben. Ja? Funktioniert wieder? Ich nicht, also, ich höre alles ganz normal. Gut. Jetzt bist du bei mir ein bisschen eingefroren, mach jetzt trotzdem einfach mal weiter. Du sitzt in Dortmund, offensichtlich ist in Dortmund gerade irgendwie die Internetleitung nicht ganz so angenehm. Aber nichtsdestotrotz, meine Frage war, du bietest ja auch Workshops an in der Fahrberatung. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen. Ja, also, nochmal. Genau, also, als Make-up-Artist auf Shootings und Werbeträges mache ich das schon ganz lange, dass ich halt wirklich auch immer die Farbe mit einbeziehe. Also, bei Business-Shootings, wenn halt jemand kommt, der selbstständig ist und sagt, hey, ich möchte mich jetzt, möchte mein Unternehmen präsentieren, dann versuche ich schon darauf hingehen zu beraten. Ich bin jetzt gerade noch eher in dem Abschluss so gesehen meines Fernstudiums. Und ich überlege tatsächlich, das gar nicht mehr so ganz klassisch anzubieten. also eher in die Richtung Avatare, weil ich einfach glaube, dass es immer, immer stärker wird, dass wir in dieser, sage ich mal, noch erweiterten Internet-Welt irgendwann halt Fuß fassen werden und da überlege ich gerade, wirklich dahin eher den Avatar zu beraten, anstatt jetzt halt wirklich den Menschen, der ganz klassisch dann zu mir oder ich zu ihm kommen würde und dort halt dann mit Farbtüchern und sowas halt arbeite. In der digitalen Version mache ich das ja jetzt schon ein paar Jahre, Fotostyling. Und das klappt auch ganz gut. Da geht es aber eher darum, so was möchte ich halt transportieren und vermitteln, wie kann ich mich vielleicht da nochmal mehr aufbauen, über die Kamera zu helfen, solche Sachen. Ja, also sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist schon fast mal eine extra Sendung wert, die Farbberatung über Avatare. Aber ich glaube tatsächlich auch, da wird eine ganze Menge auf uns zukommen. Ja, sehr spannend. Ja, wenn du magst, dann verlinke dich doch nochmal gerne unter den Kommentaren, unter dem Beitrag, liebe Katja, mit den Links, wo man noch mehr Informationen zu dir findet. Oder wenn man sich da enger mit dir austauschen möchte. Du und die Ute, falls ihr nicht vernetzt seid auf LinkedIn, das solltet ihr auf jeden Fall mal nachholen. Ich glaube, im Thema Farben könnt ihr sehr voneinander profitieren und euch austauschen. Dann, ja, schade, dass gerade die, jetzt bist du wieder klar, scharf zu sehen, irgendwo war zwischen Dortmund und hier, war irgendwo gerade so ein bisschen Internet-Trabbel. Nichtsdestotrotz, wir haben alles mitbekommen. Vielen, vielen Dank, dass du heute in der Sendung warst. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Ich habe wieder sehr viel über Wirkung gelernt und ich weiß, das nächste Mal Puderdose mitnehmen oder nicht so, unter dem Licht zumindest sitzen. Schön, dass du da warst. Ja, danke schön, Christian. War ein tolles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Wiederholen wir. Vielleicht noch tatsächlich mal zum Thema American Football. Machen wir vielleicht auch mal eine Robo-Bindung. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich möchte noch ganz kurz erklären, wen ich nächste Woche begrüße. Nicht kommunizieren kann man nicht. Also, es lohnt sich auch, nächste Woche wieder einzuschalten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche, Mittwoch, 10 Uhr zum Thema Nicht kommunizieren kann man nicht. Also, vielen, vielen Dank und habt noch eine schöne Zeit.